Paul besitzt eine Immobilie und möchte diese verkaufen. Um sie schneller verkaufen zu können, nutzt er ein Mediaticket von immoticket24.de. Dabei braucht er seine Immobilie nur einmal einzugeben und schon erscheint sie auf acht führenden Immobilienportalen. So spart er Zeit, Arbeit und jede Menge Geld. Sein Inserat erreicht auf den acht Portalen insgesamt über sieben Millionen Besucher pro Monat und endet ganz automatisch zum Ablauftermin. Das überzeugt nicht nur Paul, denn von immoticket24.de kann jeder private sowie gewerbliche Immobilienanbieter profitieren. Selbstverständlich auch bei Vermietungsangeboten. Testen Sie jetzt immoticket24.de und schalten auch Sie Immobilienanzeigen, die verkaufen.